Boah, ich wusste gar nicht, dass Glückspilz Veggie Burger hat. Natürlich haben wir Veggie Burger Wilfried. Das Glückspilz Fresh Fried Chicken aus der Hähnchen-Oberkeule ist das saftigste im ganzen Land. Du hast die Wahl zwischen dem Hollywood, dem Speedy Gonzales und dem Bestseller One Piece. Markiere jemanden, der vegetarische Burger genauso sehr liebt wie ich. Lass es dir schmecken. Oder auch nicht, ist mir egal.